Pro Luce in der Wikileaks muss ich an einem Glücksrad drehen. Wenn der Sub-Atom beginnt und es wird unchristlich, unchristlich, es hat sich was geändert. Bei jedem 100 Subs gibt es eine Stunde plus extra, aber jetzt wird es ehrenlos. Pro Luce in der Wikileaks muss ich an einem Glücksrad drehen. Guckt es euch an, wenn ich falle in der Wikileaks muss ich hier drauf drücken. So eine Mistzaub. Seht ihr das was da drauf steht? Erkraft. Ja klar wird es asozial. Ey Jungs, wir haben jetzt ein Icon-Pick. Deine Leute! Jesus Christus. Ey Toro! Ach du Scheiße. Ey was macht er da? Das ist gut. Das ist cool. Nein, das ist nicht cool. Bitte können ein Tor. Fouls, Fouls! Ich küss euch ein! Eins viel weniger! Let's go! Wichtig! Moin! Mein Eröl. Seh ich schon. Ja, nein. Weißt du was, jetzt fahr ich mal wirklich hoch. Das ist eh, ich bin konzentriert gespielt. Ich bin noch nie so konzentriert gewesen. Ich sag... Boah, nein, 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 nein. Boah. Ah, nein, nein, nein! Ah, das ist so schlecht. Wurzbleiben. HAH! Was ist mein Mimme? Mann, hör auf jetzt hier! wenn jetzt die happy hour kommt wenn jetzt die happy hour kommt und das war's jetzt kann nicht nur die happy hour einmal kommen sondern sogar zweimal egal was kommt es ist mal zwei und danach kommt noch ein spin das ist der erste los wenn jetzt die happy hour kommt war es das sofort ne war es sofort es ist sofort Ende ist offiziell Ende es ist der Wahnsinn genau das sollte nicht kommen und es kommt beim ersten Spin zwei Stunden lang happy hour und jetzt wenn noch mal happy hour kommt glaube ich nicht mal ich glaube nicht mal ans gute nein ich glaube gar nichts mehr nein 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 15 Minuten plus zwei Stunden happy hour ey ich habe gerade ausgerechnet wie viele eine Stunde sind ach ein Sub in der happy hour in der happy hour ist 10 Subs 42 Minuten oho Alter hier knallt's gleich so rein keine Donations, Donations nicht, Hosts Hosts wird verdoppelt muss das Fenster zumachen das wird hier zu intensiv hier alles sofort Furtz ja Junge du fette Sau du Citroenchen mit'n Drollenchen Digga wenn das so weiter geht werde ich nie wieder offline gehen Halt doch auf Digga haut der hier 50 Gifted Subs raus Digga das ist so gottlos 20 Stunden wir sind bei 4 gestartet die happy hour f*** alles die happy hour einfach weißt Digga wenn das jetzt hier gleich noch so weiter geht dann sitze ich hier wirklich 100 Stunden und DELLY OBIT eine Stunde happy hour geht ja noch aber 2 und dann noch zum Freitagabend Primetime wo alle auf dem Sofa sitzen Anfang des Monats und ihr Geld verbrennen wollen ach Digga ich kann das nicht mehr nein ich pack's nicht mehr wir bleiben hier drin nein boah Junge JA wenn ich jetzt irgendeine scheiße Spin dann raste ich völlig aus ne bin ich jetzt nur Wichse Spin ist Ende frag es dich nein geht ja noch eigentlich noch das harmloseste dann nehmen wir Jungs das ist zauber nein 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 halb zu Ende ich geh einfach raus wenn ich jetzt gerne nochmal Spin muss Digga 27 Stunden HALLO Ramos mag Pokale ich mag Pokale Ramos AAAAAAAA ich muss Pause drücken das gibt's doch gar nicht Stufe 12 jetzt kann ich schnell zu machen mutterf*** und dreck das ist ein Missspiel kann ich eben sehen mit dem am besten hausse dann um die Uhrzeit noch eh lia fein zu killen reicht ohne kolumge oh ich will die 48 Stunden gehen hahaha das ist fassig ein win weniger zu holen sehr wichtig Ich sag mal so, die Spieler haben alle Potenzial, sind von der Aufmachung echt gut. Nur irgendwie wird ja das gewisse etwas. Boah, war's knapp. Ey, Jigis. Das sind die, die das überwenden sollen. Und die Happy Hour geht noch ein paar Minuten. Oh nein. Wie viel Kilo Mett kann man für 1000 Euro holen, Schatz? Ich werd mir mein ganzes Bett voller Mett hauen und mich da reinwälzen. Ich hab die Idee. Wie toll ist das ein Schwein? Dann verarbeite ich das einfach zu Mett. Och Mann, es steht 2-1 für mich. Es soll auch dabei bleiben. Wenn wir das Spiel verlieren, ist es noch eine größere Schweinerei. Wenn wir dann nochmal Happy Hour ziehen, dann geh ich offline. Es reicht mir. Bitte, da oben. Bitte mach. Brauch dich jetzt eher. Ja, der Lucky Punch. Happy Hour. Ich werd heute wieder aufnehmen, wenn ich hab's. Immer eine Freude, den deines Team vorbeizuschauen. Freut mich. Freut mich. Ja, Baumschmerzen sind weg. Das Mett hat geholfen. Guck mal. Aus. Sofortrauen. Wenn jetzt hier die scheiß Happy Hour kommt, dann dreh ich durch. Ey, nein. Das ist das Schreckste von allen und das nehm ich. Boah, die Gestütze muss ich machen, wurde eingelöst. Damn, boah, he's sick. Das ist dickerass, boah. Damn. Schnabelarsch, 28. Oh. Mir kommt's gleich auch. Willenskraft ist das, was zählt. Mastig, mastig. Warte mal, ich muss mal kurz an meinem Sessel schnuppeln. Oh, das riecht so nach Scheiße. Das ist der Wahnsinn. Wollen wir den Verlosen, den Stuhl? Ich glaub, ich bin jetzt Millionärin. Ja, wenn der nicht drin ist. Nein. Du kannst das anstellen, digga. Schnell den Tor schießen, bevor er quitten kann. Nix gehst du. Du gehst in den Abgrund. Jawohl, jetzt kannst du rausgehen. Wenn ich was machen würde, dann auf jeden Fall so was Spaß-Zong-mäßig. Oh, da, Mann. Und ernst gemeint, ein Rap-Dealer könnte ich nicht gehen. Jawohl, mein Büsseloch. Zett, kann man Messi Gold noch trocknen? Und du meinst zocken? Ja, ja, klar, auch mal dreck ich mir. Was willst du denn? Richtig, danke für den Halbtensch, Jungs. Danke für alles. Mehr als ein wilder Samarathon. Läuft duft auf der PS4-Version, sag ich. Läuft duft auf der PS4-Version, sag ich. Ja, hier kracht's. Hier scheppert's grad richtig. Ja, wenn der nicht macht. Jawohl, EBP. Also so'n Ding mach ich dann, oder? Ramos. Der Ramos hat so'n guten Depth-Stat. Aber das ist komplett Geisters-Punk. Roms. Echt Pfosten. Die fucking Jings. Na ja, klein, aber. Mir kommt's kotzen. Nein. Ja. Läuft eigentlich dein Studium. Es läuft prägelnd. Ipa, rauskommen. Easy-Speed. Einschluss. Ist natürlich ins Blut gelaufen. Wir wollen es spannbar für die Zuschauer. Ja, krass. Macht der den Fidgets wieder. Bravo. Oh, jetzt reizt's mir. Trottel. Habt ihr's gesehen, oder was? Ich sag' nicht nein. Sag' ja. Ich muss tanzen. Das geht nicht anders. Bitte, sagt mir diesen scheiß Tanzjubel. Das müsst ihr mir sagen. Bitte. Schalt, sagt ihm. Schnell. Er hat zwei, zweimal nach rechts. Im Next Level-Wahnsinn. Egal, J1 ist gewonnen. Ach, guck ihn dir an. Der versteht das Spiel nicht. Spielt mit Sisoko, Junge. Du bist ne Sau, bist. Mal so spielen. Bitte nicht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ist ein Hussende sein, Digga. Wenn mal Genie. PLOP tournament. Ja. Let's go, Cheryl. Let's do this. Volles Mett. Alter. Sinn ich. Volles Mett. Volles Brett. naja klar so lässt es sich am meisten am liebsten spielen jetzt geht aber nicht ja wenn der ihn macht bestes tor in der geschichte der menschheit so und jetzt ist ende im geländer alter der haut sofort füllen was ab und rein Brauchst du doch nicht machen, mein bester Yoast da. Oh, ist das BÄSCHEISSEN! Scheiß auf deine Effektivität! Ich kack dir in die Fresse mit deinen Scheiß-Eier-Körben, die du da spielst. Siehst du das? Das ist effektiv. Scheiße, zugeschlagen Lösung bitte. Bup, bup, bup. Der Vater ist am Zauken. Bup, bup, bup. Ein gutes Spiel. Ich spiel' ne Runde. Eishuman, fünf jetzt bin ich keinem im Leben. Ich geh' warzone, hab' keine Bomben auf das Spiel. Zwölf Sekunden später. Ach ja, ich achte euch allen guten Morgen! Lacher, Lacher, Lacher. Ey, Kurs geht raus an der Stelle. Fröhne Reet! Sauber. Oh nein. Sau! Sauber. Rums! Ich hab' 43 Stunden! Nix, ja nix. Na, so doch nicht! Wie viele Subs haben wir? Nur 2500? Äh, das ist aber gepeilig. Dass der Scheiße-Learn genau dann kommt, wenn das Lied... Jetzt steht's natürlich 3-1! Wir sind am Zug dran! Wenn das kein Tor wird! Recht euch! Das geht's alle nach vorne, ihr! Policeman! Scheiße! Ruh! Ruh! Wollt bleiben! Wir machen ganz Ruhgusserk... Scheiß-Mausbrüche! Not-game! F***'n programmiertes F***'n-Spiel! Nicht die Happy Hour. Sonst kriege ich als der Fakt. Und... Rums! Geh an der Matte! Warte, Bruder! Hör mal, hör mal, wo sind wir denn hier? Geben wir noch Fußball oder Rugby? Oh! Ihn nehm ich! Bastian! Und... Rums! Die deutsche Masse! Aus der zweiten Reihe! Nichts passiert hier! Hör mal, Schefferts denn da? Und Rums! Pender! Erster Ballkontakt! Bub drin, darfst du hin? Nein! Ja! Die Schieß! Liegestütze wird eingelöst! Jo, Pasi! Sogar zwei! Weil ich ein Macher bin! Hallo! Hallo! Und... Jetzt ist hier Ende! Und Disconnect! Egal, ob ich ein Win weniger zu erspielen. Und die rote Karte ist weg! Guck! Da runter! Wahnsinn von einem Kalameschi! Gesehen! Und schöner Pass durch die Lücke da! Volles Programm! Wuii! 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 Und." Du hast einen zu unrecht gebannt, weil du verloren hast! Das ist nicht zu unrecht gebannt, das ist zurecht gebannt. Und... etwas scheppern können. Rammus! Rammus! Knochenknacker! Aus! Ruhig bleiben! Exzeln! Fahr kurz bevor zu külken! Richtig! Das ist das Schlechteste auf dem ganzen Rad! Belohnen worden! Und für mein schlechtes gameplay! Ruhig! 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 Scheiß auf die Windhock-Challenge! Habe nichts mehr gespünnt! Habe sie ausgespinnt ihr Spinner? Hörig! Ich sag nicht wie damals! Iiiiiiiiii Mariaooo! Wir sagen Dank! Schön 40 Jahre die Flippers! Dezent gut gefühlt! Aloiowa! Ich geb's auf! Okay das Ding ist durch! Das Ding ist sauber! Ganz hinten vielleicht! Oder? Ey geil mal verkehrt! Das Ding mal reinbringen auf gut Glück und dann steht da da! Aloiowa! Boah! Nicht dein Ernst! Kracher! Jo! Das war's! Der Gegner gewinnt! Wenn jetzt die Happy Hour kommt dann knallzähne! Erst die Rewards! Und danach die Happy Hour! Jaaaa! 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 Maxis! Egal gehen wir so an! Gönnie! Lucas Lewis! Jaa ist okay! Lucas Lewis nehme ich! Weiter geht's im Text! Na ja klar! Mach's sicher! Mal rein skippen! Ahhhh! Ahhhh! Das weiß ich nicht! Jaaaa! Nimmt mal mit! Und jetzt nochmal rein skippen! Was willst du denn? Oh! Den nehme ich! Wo soll ich den Rest der Rewards ziehen eigentlich? Soll ich das machen? Oh mein Gott! Wow! Muss erst mal 170 Packs verziehen! Und jetzt kommt erstmal der eigentliche Buch! Wenn jetzt Happy Hour rein kracht dann ist Ende! Oder mal zwei oder Spinbar zwei! Ich will's gar nicht aussprechen! Bitte! Oder Spinbar zwei! Oder Spinbar zwei! Nicht im letzten Spiel! Dann sitz ich hier bis Jahresende! Und wenn jetzt hier Scheiss Happy Hour kommt dann passt das! Dann passt das! Dann passt das! Und eben auch wieder, dass das dassteig ist. Und das ist jeweils nicht!